Moini 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 Wir sind heute bei Kings of Extreme hier in Leipzig in der Messehalle Wir haben gerade noch Moritz warm gemacht Gleich ist das erste Training Wir wollen uns das mal an Versuchen heile zu bleiben Danke, dass Funky mir nur noch 30 Euro gegeben hat und Rosi hat auch den bekommen für Glückskinder Niklas hinter der Kamera wird dann bestimmt noch auf die Strecke dürfen und das Film fass ich da zurecht Runkle und Bumple Bis dahin Runkle und Bumple Live-Schrauben am Cross-Mobil, top! Einmal Bremse fest, I.O. Hosi, bist du müde? Ja, ich bin gerade schön fängig. Bisschen Tai-Dai? Der Couch wird hier immer, gell? Das stimmt, natürlich die Matanze. Die hier. Hosi, ist das jetzt dein Ernst, dass du hier Rucksack gekauft hast? Der Rucks! Der Rucks! Das stimmt! 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 Ich bin als letzter losgekommen! Ich bin als letzter losgekommen! Das lag daran, ich war vorher noch mal kacken. Das stimmt! E-Mango-Hapia! Also, erstens, Klopapier ist top, weil es ist halt auch wirklich so, wenn du, wenn du, stunk grad, halt, wenn du halt flüssigen Ausfluss am Popser hast, halt, dass es richtig flüssig dort runter tropft, dann ist das, ähm, Klopapier, halt so, du hast es in der Hand und machst es hinten dran und es weicht halt nicht gleich durch, wie es so an so billig Klopapier normal der Fall ist. Also es ist schon teuer? Ja. Also es ist schon, die haben schon, denk ich mal, 2-3 Mark hier in der Hand genommen. Ja. Und das war auf jeden Fall gut und das Mango war halt so, dass das Schloss halt ziemlich leicht knackbar ist. Da hatte ich ein bisschen Angst. Aber es war auch komplett alleine mit Frasi auf dem Klo, also war schon in Ordnung. Ja, schön. Schuh riecht auch gut. Riecht gut! Ja, ähm, bezahlte Werbung nicht von New Balance. Meine Arbeitsschuhe. Ja, und das ist jetzt meine Kackstory gewesen und danach war halt auch der Lauf Kacke. Aber Rosi hat sie geschafft. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.